Ich habe jetzt erstmal aufgrund einer Bitte und weil ich vorher oder sagen wir mal, nachdem ich Vektorrechnung unterrichtet hatte, habe ich jetzt 1, 2 damals noch keine Videos gemacht und deswegen, Leute schaut auf die Links, ich werde hier überall Links einfügen oder nicht allzu viel, auch hier oben wird es nochmal spannend und das deswegen, weil ich eine Playlist aus den wichtigsten Videos dazu von anderen, die es sehr gut erklärt haben. Aber richtig gut, besser könnte ich es auch nicht, zusammengestellt und deswegen, das ist jetzt hier nur eine Minute, ich rede deswegen nur, damit ihr die Links nicht verpasst. Also hier oben immer wieder reingucken, draufklicken auf das i und dann sieht man schon mehrere Kleinigkeiten, beziehungsweise zum Schluss habe ich es dann so gemacht, dass ich dann hier die Playlist oder diese Playlist nochmal dargestellt habe. Also es müsste euch helfen, ich hoffe das hilft erstmal, ich werde mich bemühen, das im weiteren Verlauf der Unterrichterei dann auch zu vervollständigen. Gut, das bis dahin.